In unserer nächsten Jugendvorstellung zeigen wir euch den neuen Farbfilm Frau Holle nach einem Märchen der Gebrüder Grimm. Die zauberhafte Erzählung von der kleinen Goldmarie, die wie durch ein Wunder ins Märchenreich der Frau Holle kam und reich beschenkt zurückkehrte. Aus einer traumhaften, wundersamen Welt. Und natürlich erzählen wir auch von der frechen Pechmarie, die sich auch ein goldenes Kleid verdienen wollte und die von Frau Holle für ihre Faulheit und ihren Ungehorsam hart bestraft wurde. Bäh, jetzt! Ein neuer Film aus einer verzauberten Welt ist Frau Holle. Und zu diesem neuen Farbfilm erwarten Frau Holle und ich alle Kinder mit ihren Eltern in unserer nächsten Jugendvorstellung. Wiedersehen!